ein kurzer was war die dann sind wir wieder zurück mir gefiel, Achtung, Achtung, ja du... stimmt, die hat mir auch gut gefallen soll ich wieder hier face checken? wenn ich mir den Laien so ansehe, krieg ich einen dicken oh, der Drache auf jeden Fall ist... da läufst du rein? da läufst du in die Q ja, ich wollte eigentlich auch nicht die zeigen sich gegenseitig ihre Penisse ah ja, wenn du jetzt stirbst ich sag dir, die krieg ich... ja, so hat dein Geek genommen seine Potion stimmt, er wird flash nur Huub man flasht der nicht sollte der... kriegt der auch Schaden erstmal oh scheiße, ich bin viel zu spät ja, ich muss verfolgen redet doch mal jemand mit mir übrigens, wir sollten backgehen, du schaffst das sonst nicht gut, ich bin backgegangen smitest du den Red Buff? nope, tschüss da nimmt sie ihn ne ne, wir haben ja gerade eben geschmeitert so wurde angepinkt ähm, mir Schi ist... da von mir wurdest du nicht angepinkt ach soo oh der steht aus sterbenden Sternen warte 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 eure Sohle wird gerichtet äh alter, bin ich gut oh ich hab meine Q in Magidari das kommt dir so vor also die Ash ist Gold 5 in der Vergangenheit aber die Leona ist Bronze 5 oh 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 oh, ok aber ich dachte jetzt vielleicht hinterher aber die Leona war ja auch letztes Spiel äh Gold 4 äh Gold 4 scheiße, so viel Charme hab ich nicht lol, was macht die denn? mal ist raus gut weiß nicht, sollst ob der irgendein Support hat aber... und so was ist Gold Chaco, Chaco, Chaco aber ich weiß es nicht, aber ich spür ach so, die haben einen Chaco da muss ich vorsichtig sein da muss ich meine Beine Augen zu halten mhm baut das Müß der Suhr hat keinen Flasch mehr Ich wollte gerade sagen, bist du nicht ganz super? Wir müssen immer einen Blick auf den Drachen haben. Schoko kann ihn schnell allein machen. Good job. Ah, alles klar. Ich geh Markus Warden. Ok, Schoko ist top. Oh, das war scheiße knapp. Ne, Leona ist nicht weggegangen. Das heißt, ich hol mir jetzt noch einen Kill. Ja, ja. Na, Mann. Also mit so einer E würde eigentlich nichts. Also LCS mit solchen Es. Oh, Schoko ist hier. I have a Schoko on my Eek. Der Schoko ist Half-Life. Auf, auf, auf. Der Schoko hat mich irgendwie angewichst. Ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat. Ist jemand geflasht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die haben nichts mehr ab. Als ob, Masti. Nein. Unbeschwert weiter tropen. Ja. Der Flash war gut. Der Flash war wirklich gut. Ich habe direkt einen Mega-Stacks bekommen. Danke. Geil. Nein. Nein. Oh, das war schön. Wir haben bestimmt einen Killgewinn. Die Digiserie mit Nasus weiter. Ah, ist gedroppt. Und gedroppt Riven. Riven ist broken. Wenn man schlecht spielt, dann auf jeden Fall. Ich habe keinen Namen mehr. Ja. Also 7-1 steht. Das ist schon wieder Sex. Auf jeden Fall. Die Archie ist scheiße, Alter. Gut, da hat mein Supporter dran richtig in meinen Welt getötet. Das kam an und ich habe sie direkt getötet. Ähm, na gut. Time to go back, würde ich sagen. Ja, ich habe auch die F. Ich auch. Ich habe die F. Ich auch. Ich bin jetzt ADC Bitch. Bendy, du hast immer ein Auge auf den Drake? Ja. Gut. Ich habe ein Auge auf die Ari. Ist das in Ordnung? Du hast immer ein Auge auf mich. Ich bin leider tot. Lauf. Du bist tot. Gut. Gut. Jetzt müssen wir 8 Augen auf den Drake werfen. Ja, wir müssten eigentlich sehen, wenn er da vorbeigeht an dem Morde. Na, wenn er dich unsichtbar gemacht hat. Aber Bot moved auch nicht. Nee. Jaja, Chaco kann ihn relativ früh allein machen, aber jetzt noch Level 5. Chaco schafft das allein? Was? Chaco schafft das allein? Ja. Ja. Aber nicht auf Level 5, deswegen... Level 6. Easy. Chaco ist auf jeden Fall beim Drake. Chaco ist auf jeden Fall beim Drake. Was? Nee, ist er gegangen gerade. Also nicht bei diesem Drake. So, wir sind viel stärker. Also 800 mal stärker. Das heißt... Fullhelm! Wobei natürlich Chaco auch hier sein könnte. Der Rot, ne? Ja, der ist auch wahrscheinlich unten. Also aufpassen. Diese Pflanze wird sie umbringen. Pass gut auf. So, ich werde die jetzt baiten. Oh nein. Auf K. Ich komm, Wart. Ich komm, Wart. Ich komm, Wart. Oh, Flash ist auf jeden Fall geused. Flash auch geused. Das ist der Flash gegen Flash, Alter. Aber immer noch aufpassen, Chaco könnte... Ja, ich bin ja hier oben im Busch. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich reingeht. Genau. Unser legender Bot. Lass uns Drake machen, lass uns Drake machen. Ja, wollte ich auch was sagen. Drake machen. Ja, Bot pusht. Hier, Schia hat zwar gesehen, dass wir gemoved sind, aber... Mitte bis Mitte? Nee, die hab ich halt getötet. Habst du Smite Up? Ja. Ja, ich hab's Smite Up. Immer auf die Mitte. Die Mitte ist wieder Mitte. Und die Mitte ist gleich tot. Ach, der Helldrake dauert immer so 800 Jahre. Oh mein Gott. Ich wollt den Cue'n. Barbara Smite, auf jeden Fall. Ich wollt den Cue'n, du Mongo. Ja, aber man Cue'n nicht den Drake als Nasus. Ja, natürlich. Die Stacks sind Stacks. Nein. Nicht auf Level 5. Nicht auf Level 5. Nicht auf Level 5. Das kannst du machen, wenn du 300 Stacks auf deiner Cue hast. Ja, komm du Pro-Gamer, du. Nein, man wird auf Beton verlassen. Hey. Stimmt, ist gelogen. Hallo? Nee, ist ja auch so. Tako ist top. Oh, ich hab keine... Ich hab keinen Marner für dich holt. Oh Mann! Ich komm mal runter. Ist das dein Ernst? Waffen. Oh, die sind beide so low. Ohhhh! Ich hab doch extra noch gecheckt, dass ich keine... nicht genug Marner hab. Die sind schon wieder back, wenn ich da antanze, ne? Kann ich damit... Kann ich mit dem Leben noch engage'n? Ich versuch's mal. Wir sind leider back. Wir könnten einen Tower machen. Ja. Oh Mann ey! Nein! Aber ich hab sie getötet. Das deltet mich. Danke. Hätte ich noch 130 Sekunden überlebt, dann hättest du hier. Oh, wunderschönen guten Tag. Guten Abend. Guten Abend der Dame. Hallo. Wir sind mit einer Ausnahme. Oh Mann ey, Rotz. Wir sind schon wieder auf. Kann ich das mal ansagen? Hab ich doch. Begrüß dich. Du machst gar nicht. Da soll ich bestimmt kacken. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Wie sollen denn deine Zuschauer wissen, dass eine neue Folge anfängt? Die, die meinen Facecam sehen, dann auf jeden Fall. Ja, winkst du denen einmal. Hallo. Und die Leute, mit denen man so aufnimmt? Nö, also aufnimmt tut er nicht. Wie viele Stacks hast du denn schon? 77 nur. Ohne Scheiß, ich warte ich nicht? Spaß. Nee, warte ich nicht. Ich komme. Aua, ich bin schon da. Ehh, schöner Arrow. Arrow ist raus, Arrow ist raus. Oh, mit Top SS 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 SS. Guck mal, hier ist der Schaden von der Q, alter. Wurz. ich werde den zerstören und deswegen nennt man nasus auch bozzi warum ist denn der jahr so jetzt gewollt schattet worden er ist ein lappen können wir mitte pushen Ja, geht in die Mitte pushen. Yes, we can. Oh, der Chaco ist bei euch! Och, komm. Sorry. Jo, boah, sie räumt einfach komplett auf Drive-By und so, ne? Ich spüre doch den Eispfeil, ich spüre ihn. Na, der ist raus. Der ist schon weg. Guten Morgen, Dominik. Ich hab Ulti jetzt wieder, ne? Oh, Riverino! Also, es steht 18-5. Also, ich glaub. Na, sauber. Ich holte mir hin. Ich glaub, wir sollten das echt surrendern. Leute, ich holte mir hin. Ich glaub, wir sollten das echt surrendern. Und ihr beide. Nein! Joa, find ich lustig. Alter. Ähm. Oh. Oh. Ja, gut, ne? Worüber ist Ari denn gekommen? Ich hab dir gar nicht gesehen. Hier kommt ein Arrow übrigens, by the way. Ja. Wieso, weiß niemand, aber... Der war da. Das wäre die Unbekannte, von dem er redet. Hm. Komm, gut. Oh, ich will die 100 noch knallen. Gut. 102, uh. Ne, Yasui, Alter. Ne, ich würd gerne Bug gehen. Ohhhh. Ohhhh. Der Jason kann ich das nicht. Also, bitte. Wir brauchen irgendwas Hilfe. Bin auf dem Weg. Fähig kommen. Was ist das denn? Was ist mit mir Benni? Hä? Er hat... 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 so gut gepasst. So! Ohhhh. Ich mach mal den ingame Fireball. Äh... Riven, Riven. Triffst auf drei Leute. Gut, gut, gut. Bin da, ich 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 bin da. Okay. Also, dass du Dacken und Ordwa gemacht hast. Sorry, dass wir bei dir das war mein. Ohhhh. Shit, ey. Fuck, man. Meine Queen macht nicht so viel Schaden auf mir. Hä? Oh, good job, Basti. Fender. Halt. Der Basti, der rollt komplett auf, alter. Das ist einfach der O-Ber-Shit. Warte mal. Der wird rankommen. Sie wird jetzt schon kommen. Komm. So. Er wird auf jeden Fall sterben in fünf Sekunden. So wartet. Ohhhh. Ich bin irgendwie heiß drauf, ja so zu töten. Ist der Klon. Pfff. Ist der Klon. Töte dann ein Remain, wenn es das heißt. Tschüss. Oder so. Das ist jetzt problematisch. Nein, selbst nicht! Das ist jetzt problematisch! Oh, nein. Okay, nice, 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 nice. Oh, nein! Nein! Hast du heal? Heal mich doch. Ich sag mal so. Hätte er heal gehabt, ähm... Hätte ich ihn, natürlich. Hier ist ja mal. Kommt wieder auf der Dachstelle an. Bescheid, wenn der in der Mütter Hilfe braucht, ne? Wir brauchen Hilfe in der Mütter. Ach so! Warte, was habe ich denn da gesehen? Antwort ist top. Oh, ich bin da. Hallo? Och. Was ist denn der nächste Drag? Die sind aus... Auch... 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 Oh mein Gott... Sorry, das ist nicht so geil. Guck mal, Kate, Full-Wive und Kickback. Ja, das ist... Dankeschön! Du weißt schon, dass ich nicht Full-Wive bin? Dennoch trotzdem Dankeschön. Was soll ich denn machen? Soll ich da mit dem Leben engagen? Das war unnötig! Dann geh ich, helfe und sterbe! Wo ist die Fortdeck? Wo ist da rein? Mann, 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 das nächste Mal überlege ich dreimal ob ich helfe. Oh, fuck's! Basti, Basti, in deinem Alter müsstest du eigentlich wissen wo du da rein musst. Oh Gott, das ist nicht... Boah, halt dein Maul! Basti, ich seh dich doch hier auf diesem Red-Buff, oder? Ich denk schon. Ja, oder? Ich glaub, man hört das sogar in der Aufnahme. So, Mann, Eck. Jetzt seh ich dich. Ach so, du hast dir ja einen eigenen Red-Buff geholt. Boah, willst du mich verarschen? Shaco ist hier oben. Oh, lol, warte mal. Nur ein wahrer Z-Main macht 1v2. Guckt euch dein Spiel an. Guckt ihn euch! Oder anders? Hallo, ich hätte auch keinen in den Red-Buff. Hey, wo ist mein Red-Buff? Wo ist mein... Entschuldigung? Das ist ein Yasu-Guru. Ein Yasu-Guru. Was hat denn hier für Menschen anders? Also, ich höre raus Nasus, Caitlyn und Zed. Ja. Dann haben wir noch, äh, zwischendurch... Ich schätze mal K, H, Dom. Ja. Ich schätze mal Zyra, Zyra der andere Dom, oder? Was? Ja. Der Dominic. Nur ein wahrer Zyra. Ich bin ja fast nur, als würde ich den Champion mehrmals spielen. Was? Ist krass gelogen, Alter. Was ist los bei dir? Ich spiel doch keiner seine Mainz. Ja, das ist nicht normal heute. Ich spiel hier alle. Komm schon meine Pfanne, der bringt sie um! Ich geh mal hier. Ah, ich geh mal botlane. Die pushen da gerade richtig gut rein. Ist mir nur neu, dass Benni, äh, Nasus spielt. Stefan spielt zu Nasus. Was? Ich spiel denn schon seit ich, äh, siebenmal hintereinander Nasus gewonnen hab. Bleib 5,5 frei. Seit meinem Bronze-Cabby mit Nasus. Alter! Ich geh einfach über 300 Erfahrungspunkte los. Also botlane ist grad mega gepusht. Okay. Und botlane fällt sogar noch. Good job. Der Benni, der, der fightet nicht mit Champions, aber mit Towern. Na ja, Alter, sieht's aus. Aber ich glaub, ich spiel jetzt tot. Ach du, an der Polle, an der Polle war jemand. Du musst weglaufen, denn da kommen jetzt... Ich bin dabei?! Nimm die Bombe. Nimm die Bombe. Nimm die Bombe. Nimm die Bombe. Ja, Mann. Manche Geister. Und jetzt ne Tech. Schlechte Idee! Good Job, Alter! Das war der, das war der, das war der Gang-Cift-Gang. Boah, Alter! Das war richtig schlechte Idee von Ash! Direkt mal auseinander gefügelt, Alter! Ich hab jetzt! Ach, wurde die, die Klinge eigentlich verändert? Welche? Klinge von Draktar. Nee, eigentlich nicht. Nein, das sah doch so gut aus! Nein, das sah doch so gut aus! Nein, das war doch mal eine zweite Set-Uni gewesen. Oder nicht? Und dann hat der Gronkh gedacht, der kriegt dich... Hahahaha! Looooool! Zyra hat auch noch den Double-Kill gemacht, glaub ich. Aber ist doch, aber ist doch gut. Du zeigst denen, ne? Selbst der Gronkh kann dich killen. Hahahaha! Alles klar! Nochmal richtig, weißt du so! Salz in die Munde streuen! Aua! Ist doch schon scheiße! Danke, tschüss! Danke, Basel! Danke! Oh, der Blue ist weg! Arsch! Ich hab, ich hab'n Blue Bar! Ich werde jetzt... Die haben zu viel CC! Kann ich reingehen! Diss da! Huh! Nö! 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 Oh Gott! Chaco ist SS! Chaco ist SS! Von der Top-Level! Der ist hier! Nice! Da ist er! Da hab' ich noch den Sales, alter! Easy game! Easy game! Hab' ich nicht, man! Easy game! Dann nimmt der mir den Cannon Minion! Ist gut! Ich protecte dich! Wir sehen den Chaco, wenn er gleich kommt! Der Chaco ist dort! Chaco ist dort! Da hab' ich 1 gegen 1 gemacht, den Bruder! Oh mein Gott! Wie langsam kann man eigentlich einen Charme einsetzen? Chaco ist aber echt scheiße! Ich hab' ich raus! Das ist ein 4 gegen 1! Ne, ein 3 gegen 1! Oder? Ne, 2 gegen 1! Ne, ne, ich wollte ja ursprünglich ja den Dienst machen, den Drake! Und dann ging alles so schnell und die Riffle ist durch den Grunt gestorben! Ach, schade! Ja, komm, ich geh auch zum Drake! Wir können den Drake machen! Hu! Hey, ich krieg Hilfe! Toll, oder? Begeisterung! Schleckt über! Ich hab' ihn noch mittendrin getroffen! Ich hab' ihn noch mittendrin getroffen! Ich krieg' ein bisschen mehr Pharma! Der ist noch hier! Der ist noch hier! Der ist noch hier! Der steht doch da, oder? Der ist da oben! Der steht doch da! Oder da! Ne, der ist da oben! Der oben! Oder da! Oder da! Oder da! Oder da! Hier! Auf den Ort! Juhu! Okay! Ich kann hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Während sich dieses Bronte Team einfach nur mit Kills beschäftigt! Ja! Holt der Einzige der hier ordentlich spielt! Der hat sich verunsichert! Oh! 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 Ja, sie gell? Ja, sie landen. 3.500 Gold, ab Glippos. Zweiter Tote. Mann, aber geh mir die nicht auf, die haben so viele Kills wie ich. Alles klar, so gar nicht überheblich oder so, nee. Ja, aber es stimmt, sie haben die Kills. Ja, augigerweise stimmt es, ja. Wow. Sonst hätte ich es ja nicht gesagt. So, jetzt habe ich auch noch meinen schönen Stärke der Dreieinigkeit. Easy. Kannst du es bitte Trinity Force nennen? Ist doch Trinity Force. Trinity. Ja. Mein ich aber spiele auch Deutsch. Ah. Also ich möchte nur mal sagen, dass ich fast ein Support wäre. Wenn mein Support nicht gegen Kills hätte und ich nur vier. Wow. Ja, wenn ich ehrlich bin, nach unserer Laming Phase hab ich dich nicht mehr gesehen. Ich bin hinter dir. Ich laufe zehn Meter hinter dir. Die Kills kommen immer noch bei Zyra an. Tolle Wurst. Jetzt ist es noch sieben. Guck mal. Ich bin da, ich bin da. Ich fahr mal weiter. Wo waren meine Q hin verschwunden? Wer ist denn welche? Komm mal ran hier. Ich mein. Nee, das ist das. Ich komm von rechts. Ich komm von rechts. Ich hab überhaupt keine Fähigkeit ab, ey. Ich fass nicht. Oh nice. Das ist der Fähiger. Das ist der Fähiger. Das ist der Fähiger. Das ist der Fähiger. Ja, alles klar. Hol den Midtower, hol den Midtower. Alter, wer pinkt mich denn so an, Mann? Gib mir nicht auf die Eier. Das war ich. Mann ey, warum denn? Hol den Midtower, hallo. Mischen. Ich war so gut von dir, deswegen. Ja, dann sag doch einfach, good job Nasus. Ich hab GG gesagt, aber mich hat niemand gehört. Good job Nasus. Sie wollen meinen in Angst. Guck mal, Alter, der Bot Tower. Wie viel Schaden der jetzt von den Q bekommt. 3, 2, 1, weg. Der Midtower steht immer noch. Danke, Will. Boah. Ja. Ticke, Alter. Bist du verrückt, Junge? Ist der gestört, der Basti? Bisschen. Alter, wie viel Schaden war das denn? Oh, Yasu will. Und? Hasaki. Tschüss Yasu. Oh, ich hätte jetzt gedacht, die ähm... Oh, ich hätte gedacht, die läuft weg. Oh, fuck. Nein. Oh, schade Basti, du bist ein bisschen zu spät, aber ist egal. Ja, ich hasse keine Energie. Wer ist sie? Jungs, ich bin er wieder, ne? Tschüss. Warum? Bist du Fuldi? Ja, geh ich jetzt hin. Okay, alles klar. Ich bin nicht heaven am Mobben. Okay. Das mit ansehen. Tja, das YouTube-Video darfst jetzt auch nicht hochladen. Mobbing ist uncool. Ja. Und jetzt gibt es Beweise. Mach an der Maul. Leucht. Die Folge wird noch heißen Mobbing am Arbeitsplatz. Mach den mit in Hip. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. User disconnected from your channel. Mit in Hip. Mit in Hip. Mit in Hip. Achto. Werner. Ich hol mein Red, ich hol mein Blue. Ich mach den Baron und dann Easy. Ähm, kann ich den Red vielleicht haben? Danke. Dann mach ich den Blue und Baron und Easy. Oh ja, da ist auch noch ein Blue fertig. Warum frage ich überhaupt? Mein Supporter nimmt mir den E weg. So werden wir alles wegnehmen. 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 Der nächste Drake ist eine Hüllenbrache. Stimmt, meine Kichter. Der nächste Drake ist eine Hüllenbrache. Der nächste Drake ist eine Hüllenbrache. Das sind doch Lügen. Lügen über Lügen. Schneller. Schneller, meine Pflanzen. Wow, das war knapp. Ich hätte die auf 4.5. Komm, Rai. Ich hol den. Sind meine FPS bei 20 bitte jetzt? Gute Frage. Ich hab mir jetzt den Blue was klaut, ne? Ich hab's da auch. Wollen wir rennen die denn alle weg? Weil die Angst haben, weil die wissen, dass ich jetzt komme. Scheiß. Ah, ist ja ein Gegner. Bitte lauf. Wartest du, das wäre ich? Ja, ich dachte, wir hätten ja sogar im Team. Alter, wie viel Schaden ich bitte drücke! Holy fuck! Oh, aber leider der Clou. Werde zu Staub. Eine schlimme Vergangenheit liegt die Zukunft. Oh, das ist ein Ernst, Mann. Verarscht mich, Mann. Sag mal, macht ihr das Pentacle? Ich mache das Pentacle. Ach ne, der ist ja da. Okay, dann halten wir ihn. Ihr Tod wartet. Nooo. Oh, da ist er hat dann. Jetzt erstmal wieder die 80 Punkte Cloudown in meiner Space abwarten. Alter Schulden werden bezahlt. Das sieht er mit dem Penta, ey. Also ohne Scheiß, warum sind die Games heute so einfach? Weil wir Bronze 4 spielen. Warte, hier kommst du zum Break. Ah, das war so schlecht von mir. Ja. Die finischen doch, warum sollte ich zum Trank kommen? Keine Ahnung. Objective. Das stimmt. GG, VP. So, ich bin im Promo. Juhu! Der Aufstieg zu Silber beginnt. Als ob die Ash wirklich die Games macht, anstatt die Riffen, ey. Nein. Aber meine FPS-Drops waren nicht gut.